hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retro panda quätsich und ich bereue es jetzt schon dass ich das hier aufnehme es ist nämlich draußen gefühlt 30 grad ich weiß nicht wenn das video hier erscheinen wird wie das wetter draußen ist aber momentan haben wir die hitzewelle im späten juni und ich habe eine werbende mütze auf ach da freue ich mich jetzt schon aber es ist wieder mal ein gameboard hier dran und mal wieder ein zuschauerwunsch und zwar vom ödländer und zwar hat er sich waste days gewünscht ja er kam drauf als ich ja letztens den days of thunder quätsich video gemacht habe das spiel ist ja nicht so wirklich gut weggekommen und da meinte er hey guck dir das mal an das sieht nämlich eh nicht schlecht aus vielleicht nicht schlechter aber geht auf jeden fall in die kante und natürlich auch für euch falls ihr wünsche habt was ich hier in dieser leere spielen soll also irgendwelche spiele die schlecht sind egal ob 8 oder 16 bitte einfach in die kommentare rein ich schreibe mir alles auf und versuche das alles nach und nach mal abzuarbeiten ja es ist auf jeden fall ein zwei in ein kartwich das heißt wir haben zwei spiele zum preis von ein ja das ist ja meistens dann eher nicht so gut weil es eher zwei schlechte spiele sind das ist meistens eher masse statt klasse man sieht schon man startet quasi das spiel und man wird in so lieblosen auswahlbildschirm irgendwie reingeworfen keine musik nichts aber ich würde sagen genug der vorrede wir gucken mal das erste spiel rein dirty racing gremln graphics ja gremln ist ja eigentlich ein amiga pc weiß ich dass sie viel gemacht haben aber ich glaube eher amiga ja das flackert irgendwie wild keine ahnung was die damit irgendwie demonstrieren wollten vielleicht liegt es auch an der rom keine ahnung dirty racing aber hier schon das auto ja was haben wir denn select difficulty taken it easy es oder totally dirty erst mal einfach würde ich sagen die achten namen wollen wir haben das ist ja wohl klar das ist in der panda aber ich war noch keine musik voll geil ne äh ich teste ja immer zuerst beide videoaufnahmen ob alles klappt und ich dachte irgendwie schon da wäre irgendwas kaputt oder so weil irgendwie kein sound ist aber passt auf es tut besser also besser okay so wir starten das können ich bin ja grad immer kein sound ich idiot habe den kopfhörer vergessen nicht dass ich etwas falsches gesagt habe ja allgemein ja allgemein micromachines mäßig die steuerung fühlt sich etwas hakelig an aber jetzt allgemein nicht 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 wirklich schwer ich mach mal kurz die kopfhörer habe ich würde die kopfhörer vergessen oh 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 ähm ich glaube ich tue sie gleich wieder raus alter ok ich weiß motorengeräusche auf dem gameboy sind immer so eine sache ne ach das ist irgendwie ganz hakelig ähm das fühlt sich komisch an äh übersteuert auf jeden Fall also ähm drückt man einmal kurz zu lange auf dem steuerkreuz übersteuert er gleich total keine musik nur hat dieser ähm A mit B kann ich sogar zur Art Gas geben aber haha ihr seht worin das denn resultiert nämlich in kompletten Chaos dass es denn quasi noch unsteuerbarer ist also A ist Gas B ist äh Turbo Bremse scheint es hier nicht zu geben wahrscheinlich einfach nicht auf A drücken aber diese Turbo Dinger also die brauchen nicht hey das ist so hakelig ja mann ja ne das ist so hakelig aber immer dritter geworden was soll das denn sein so dass zwar eine sexy Dame sein die sie da am unteren Bildschirmrand regelt mit etwas Fantasie würde ich sagen ach hier kann ich jetzt sogar noch als sie meine Dame hier richtig äh wie viel Geld habe ich denn 35 ja dann kann ich die Reifen kaufen ja würde ich gern kaufen oder auch nicht oder auch nicht Kari Paired ja das ist so komisch A drücken für das nächste Rennen und dann Start aber so Super Mario Bros war das 3 Karte mäßig irgendwie ne ob es das für ein Rennspiel gebraucht hätte ich weiß nicht was sind das für Streckendesigns haben die sich aber auch nicht wirklich Mühe gegeben oder ich weiß nicht boah und dann auch noch so einen kleinen Raum ich dachte das wäre zu lang gestreckt da ey also Kurven fahren ist schrecklich es macht keinen Spaß man übersteuert so schnell hey bin ich der weltbeste Rennspielfahrer ne aber vor allem wenn ihr das versucht vorsichtig zu machen so viel Zeit habt ihr ja gar nicht weil dieser Sound ey aha das tut echt den Ohren weh äh äh hä sag ich da so blitze hä ich bin noch schneller und alter ist kann ich gar nicht steuern das ist mein Auto kaputt aber wieso fahr ich denn schneller Also, Steuerung ist sehr hakelig, es macht einfach keinen Spaß. Ich würde sagen, ich resette mal das Ganze und wir gucken mal in das andere Spiel rein. Vielleicht ist das ja besser. Also, zusammengefasst, ein schlechter von 94. Ein schlechter Micro-Machines-Klon, ohne halt den Charme zu haben, ansatzweise. 4WD, okay, Programm bei AD Davidson, ja, und, ja, schön. Auch hier? Ich mache einfach Player. Ich habe keinen Bock, also, es ist ja auch nicht wirklich wichtig, ne? Setup, difficulty, novice, speed, turning, steering, left, ja, also, oh, man kann sogar links oder rechts, wow. Position Flash? Keine Ahnung. Wurde, man kann sogar zu zweit spielen, theoretisch. Ja, komm, hier machen wir mal schon gleich hier, rennen, ne? Wir brauchen gar nicht üben. Immer, es hat die Strecke relativ einfach zu sein. Finish 10, oder? Das solltet ihr mal auch wohl hinkriegen, oder 10, da sollt man werden, ja, okay. Ego-Perspektive? Ja. Auch hier ist die Steuerung Lenkung komisch. Ähm. Also, ich muss sagen, die Grafik ist nicht so schlecht wie bei Days of Thunder. Man kann was erkennen, was die Grafik aber nicht gut macht. Also, man kann aus der Ego-Perspektive ganz schlecht steuern, irgendwie. Vor allem, wie man sieht, es läuft ja nicht gerade flüssig. Man hat einfach ein ganz schlechtes Gefühl dafür, was für Abmaße das Auto hat und so weiter. Und auch die Strecke, unten rechts, ich würde die Strecke eingeblendet. Ich wollte gerade zu meckern, dass man auch keinen Überblick auf die Strecke hat. Aber irgendwie. Auch hier. Das Sound sehr. Minimalistisch, nenne ich es mal. Okay, hier muss ich wahrscheinlich den Kurven einfach da nochmal Gas wegnehmen. Hier, und immer ein 13. Okay, jetzt kommt die Kurve. Das ist halt wirklich das Problem, dass man irgendwie kein Gefühl hat, was die Abmaße des Autos sind, irgendwie. Und warum man jetzt hier mit Jeeps fährt, das erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Ich dachte, dann geht man sowieso auch schön ins Gelände rein und sowas, ne? Würde man ja erwarten, aber es sind ja ganz normale Rennstrecken. Also das Spiel gefällt mir schon mal etwas besser, ja. Ja, irgendwie sind die gegnerischen Autos viel kleiner als man selber. Von mir, lass mich nur überholen, du. Sack. Das war schon fast sowas wie Musik, aber es war wahrscheinlich die Huppel am Straßenrand sein. Wobei, also mein Mann nimmt jetzt keinen Scharen am Auto oder so, oder? Wahnsinnige 130 kmh heizen wir hier gerade lang. Mal gucken. Jupp. Ja, also das Spiel ist besser, aber... Hä? Wo kommt die denn plötzlich her? Wo kamen jetzt diese Absperrung plötzlich her? Wie unfair ist das denn? Was ich verstehe nicht. Keine Ahnung, was das soll. Hey, aber immerhin geschafft. Aber ganz ehrlich, Spaß macht es nicht wirklich. Deswegen habe ich jetzt glaube ich auch wirklich keine Lust mehr, das irgendwie weiterzuspielen. Also, es ist wieder so ein klassisches Modul mit zwei Spielen in einem. Beide Spiele sind nicht wirklich gut, wobei das zweite jetzt gar nicht so kacke war. Aber das erste von der Steuerung her. Keine Ahnung. Geht gar nicht, finde ich. Geht gar nicht. Aber, naja, gut, jetzt haben wir mal reingeschaut. Lieber Oetländer, danke für deinen Wunsch auf jeden Fall. Also kaufen, ich wäre damals als Kind nicht damit glücklich geworden. So viel steht schon mal auf jeden Fall fest. Ja, schön, dass ihr da reingeschaltet habt. Ihr fantastische Menschen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.